Hallo lieber Thomas. Ganz vergessen, dich vorzustellen. Dein Name ist Thomas Lohninger und wir begrüßen dich ganz, ganz herzlich auf unserem netzpolitischen Abend und freuen uns, dass du da zugeschaltet wirst. Jetzt kannst du loslegen. Wunderbar. Ja, danke, dass ich hier sein darf und heute einen kleinen Vortrag halten. Ich höre mich noch selber. Vielleicht können wir das noch irgendwie runterdrehen. Okay, ja, perfekt, wunderbar. Ich hoffe, dass ihr mich immer noch hören könnt und dass wir anfangen können. Ja, genau, also mein Name ist Thomas Lohninger und ich werde heute in dem Vortrag einen kleinen Überblick geben über die Netzpolitik in Österreich, aber auch die Arbeit, die aus Österreich auf europäischer Ebene vorangetrieben wird. Das schließt zum Teil an, an Volkers Vortrag, weil Uploadfilter ein Thema waren, das fast alle netzpolitischen NGOs in Europa bewegt hat und da haben wir auch sehr viel gemacht. Aber Ziel des Talks ist auch so ein bisschen, die Geschichte zu erklären und dann vor allem auch im Q&A ein paar Parallehen zu ziehen, weil doch die Debatten zwar ähnlich sind, aber mit anderen Outcomes. Und obwohl die Bubble, also die netzpolitische Gemeinschaft in Deutschland größer ist, wir punktuell in Österreich durchaus ein paar Pflöcke eingeschlagen haben, auf die wir ganz stolz sind. Zuerst vielleicht mal aus Transparenzgründen. Ich bin Geschäftsführer von Epicenter Works. Wir sind Österreichs größte netzpolitische NGO und wir arbeiten zur Hälfte in Österreich, zur Hälfte auf europäischer Ebene. Der Verein Epicenter Works, der Name kommt so irgendwie von den Schockwellen, die die Digitalisierung in unserer Gesellschaft auslöst und begründet sich auch mit den großen Umwälzungen, die Digitalisierung in allen Ecken der Gesellschaft, vor allem dort, wo es um Macht geht, ausgelöst hat. Und genau an denen wollen wir arbeiten. Genau dort wollen wir auf die Grundrechte schauen. Der Verein ist hervorgegangen aus dem Arbeitskreis Vorratsdaten in Österreich, der AK Vorrat hat sich, wie auch in Deutschland, als Bündnis gegen die Vorratsdatenspeicherung formiert. Zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist dieses Bündnis 2009, als die großen Uni-Proteste in Österreich waren. Also das Ganze ist schon immer nahe an sozialen Bewegungen. Wir machen sehr viel Policy-Arbeit, aber wir sind auch sehr laut und erfolgreich mit unseren Kampagnen. Die erste Kampagne, die wir hatten, war gegen die Vorratsdatenspeicherung natürlich, und zwar eine Bürgerinitiative. Damals gab es dieses neue Instrument in Österreich, dass man Bürgerinitiativen, also Petitionen, auf der Parlamentswebseite unterzeichnen konnte. Dafür brauchte man aber 500 Unterschriften auf Papier. Und das war ein hohes Ziel für uns. Wir haben uns gedacht, dafür brauchen wir locker vier Monate. Ja, nach einem Tag hatten wir 100, nach einer Woche hatten wir die 500 zusammen. Und innerhalb kürzester Zeit kam die Post in Säcken an bei uns. Und wir haben es auch geschafft, dass Google, wenn man nach dem Parlament gesucht hat, unsere Petition schon in den Suchergebnissen auf Platz 1 gelistet hatte. Und ohne Werbebudget haben wir es auf über 100.000 Unterschriften geschafft. Das wäre, alle Quote auf die Bevölkerung umgerechnet, eine Million in Deutschland. Natürlich hat die Petition nichts gebracht. Die Parlamentarier haben an diesem schlechten Überwachungsgesetz festgehalten. Und wir haben dann eine Verfassungsklage gestartet gegen dieses Gesetz und die aber auch wieder geöffnet, sodass Menschen mitklagen können gegen dieses Überwachungsgesetz. Der Vorgang war noch viel schwieriger mit dem Ausfüllen eines Online-Formulars, dem Ausdrucken eines PDFs, das Unterschreiben, was eine anwaltliche Vollmacht war und am Ende absenden als Brief. Trotzdem haben das sehr viele Leute gemacht. Über 11.000 haben sich und die Erklage angeschlossen, die ultimativ auch erfolgreich war. Und wir konnten 2014 die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Ebene abschaffen. Und in Österreich ist sie auch seit dem Juni 2014 nicht mehr wiedergekommen. Also Vorratsdatenspeicherung haben wir nachhaltig in Österreich abgeschafft. Und auch wenn wir teilweise, das wisst ihr vielleicht, nicht unbedingt Regierungen in Österreich hatten, die Freunde der Freiheit waren, hat dieser Urteilsspruch dazu geführt, dass dieser Pflok eingeschlagen ist und dass es bis heute keine anlasslose Massenüberwachung von Telekommunikationsmetadaten oder von irgendwelchen Daten in Österreich gibt. Also das Konzept anlassloser Massenüberwachung konnten wir 2014 wirklich beerdigen. Das erste Projekt danach war die Überwachungsgesamtrechnung. Die war nämlich die zweite Forderung in unserer Bürgerinitiative. Und die haben wir auch in einer ersten Auflage 2015 auf den Weg gebracht. Das Konzept haben wir uns aus Deutschland ausgeborgt. Von dem Spruch von Karlsruhe, wo ja damals auch für Deutschland festgestellt wurde, dass es so etwas wie eine Überwachungsgesamtrechnung braucht. Wir haben das Konzept damals irgendwie mit einer eigenen wissenschaftlichen Publikation in die Welt getragen. Und so gut es geht als NGO, bestehende Überwachungsbefugnisse und Techniken, die im Einsatz sind, evaluiert auf ihre Verfassungskonformität. Dieses Buch ist auch dieses Jahr in einer aktualisierten, also letztes Jahr 2020, in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht worden von uns. Also Auflage Nummer zwei. Und auf handbuch-überwachung.at kann man sich auch das 200-Seiten-PDF downloaden. Das ist ein wirklich guter Einstieg in das Thema Überwachung geworden. Und wir sind von diesem Thema nie wieder runtergegangen. Wir haben es geschafft, dass eine Überwachungsgesamtrechnung in derzeitigen Regierungsabkommen der türkis-grünen, also konservativ-grünen Bundesregierung in Österreich, wirklich auch auf der Agenda steht. Umgesetzt muss es noch werden, aber da sind wir auch dahinter. Und wir hoffen, dass wir dadurch den Überwachungsstaat wieder auf ein verfassungskonformes Maß zurückstauchen können. Ich komme zum nächsten Thema. Und das ist vielleicht das, wofür man mich in Deutschland am besten kennt, nämlich die Arbeit an dem Thema Netzneutralität, die ich seit vielen, vielen Jahren vorantreibe. Das ist so mein persönliches Steppenpferd. Und ich habe irgendwie 2013 mit dem Thema auf EU-Ebene angefangen, mit der safetyinternet.eu-Kampagne. Und das war eine europaweite Kampagne von über 30 NGOs, die über dreieinhalb Jahre versucht hat, Netzneutralität als Gesetz in Europa abzusichern. Und die lustigste Masche, das habe ich oft am Kongress schon erzählt, war, dass wir auch Faxe geschickt haben ans Europaparlament, um eben über die Aufmerksamkeitsschwelle zu kommen. Weil Mails landen im Spamfilter, Anrufe sind schwierig, Tweets werden als Bots abgestempelt, Faxe waren damals noch ein schöner Weg, das Internet zu retten. Heutzutage kommen die leider auf dem Outlook an. Also den Weg haben wir verbrannt, aber wir haben ihn erfolgreich eingesetzt. Damals gab es auch wirklich viele Demos in sieben deutschen Städten. Und wir haben da es auch geschafft, in diesem Bündnis, da unten sieht man die Digital Courage, da oben war Xnet in Spanien, rechts oben habt ihr Avass in Brüssel. Es gab viele Demos von allen möglichen NGOs, die ähnlich wie bei Uploadfilter und Artikel 13 zuletzt, sich hier wirklich auf die Hinterbeine gestellt haben und einfach verhindern wollten, dass es zu einer Abschwächung der Netzzentralität kam. Die Kampagne war auch erfolgreich, weil wir Unterstützung hatten, zum Beispiel von Mozilla. Der Firefox-Browser hatte uns auf der Startseite in der heißen Phase, als es wirklich um die letzte Abstimmung, um die Netzzentralität ging. Und die haben wir gewonnen. Also wir haben das Versprechen der Kampagne sozusagen eingelöst und an vielen Stellen haben wir heute gute Netzzentralität in Europa. Ihr wisst, das eine Problem, was noch bleibt, ist das sogenannte Zero-Rating. An dem kämpfen wir auch weiterhin auf mehreren Fronten, hauptsächlich aber auf dem mühsamen Weg der Rechtsdurchsetzung, sprich irgendwie Regulierungsbehörden dazu zu kriegen, dass sie ihren Job machen. Ja, und daneben war ich im Deutschen Bundestag, im Europaparlament und in Stanford. Also die Debatte, die wird weitergeführt und die ist europäisch oder international. Das Internet ist global und Netzzentralität ist zwar ein territoriales Konzept für alle ISPs, die auf einem jeweiligen Gebiet operieren, trotzdem geht es um ganz viele Debatten. Und auch in den USA gibt es ja jetzt wieder Hoffnung, dass unter einer Biden-Regierung dieses Prinzip wieder regulatorisch festgeschrieben wird. Die Bestellung des neuen Kommissars der FCC ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in diese Richtung. Und wenn ich lustig bin, dann gehe ich zu den Hauptversammlungen der Deutschen Telekom. Das war 2017, wo StreamOn auf den Weg kam. Und da haben wir eben auch versucht, ein Zeichen zu setzen. Was man aber so als NGO tut, nach vielen Jahren Beschäftigung mit einem Thema, ist, dass man auch anfängt, Wissenschaft zu machen. Wir haben einen großen Report veröffentlicht, wo wir den Ist-Stand der Netzzentralität in Europa erhoben haben. Und dieser Report ist heute immer noch sehr leserlich und gibt einen guten Überblick über das, was in dem Thema Netzzentralität in Europa in den ersten zweieinhalb Jahren setzt das Gesetz in Kraft ist, denn so passiert ist. Die aktuelle Debatte dreht sich hauptsächlich um 5G, um den neuen Mobilfunkstandard und die damit einhergehenden technologischen Möglichkeiten, stärker die Netzzentralität abzuschwächen oder in den Netzwerkverkehr einzugreifen. Und im Juni 2020 haben wir auch eine Reform abgeschlossen auf EU-Ebene, die die Netzzentralitätsregeln der EU an 5G und die neuen technischen Realitäten anpasst. Und da können wir auch Entwarnung geben. Wir haben es geschafft, dass es hier eine wirkliche Festschreibung der Netzzentralität gibt und dass auch die Möglichkeiten, die 5G mit sich bringt, nicht zum Nachteil der Netzzentralität verwendet werden können. Sprich, so Dinge wie Network Slicing eben nicht verwendet werden können, um durch die Hintertür die Netzzentralität aufzuweichen. Dazu kann ich gerne im Q&A noch mehr sagen. Nächstes Thema, das für uns sehr entscheidend war und das ich auch hier im Kontrast zu Deutschland einfach als Beispiel wirklich erklären will, ist Bundestrojaner, Staatstrojaner. Das war etwas, das in Österreich dreimal versucht wurde zu legalisieren. Und wir haben gleich beim ersten Anlauf sehr stark versucht, diesem Vorschlag die Basis zu entziehen. Als unter Justizminister Brandstädter von der ÖVP versucht wurde, einen Bundestrojaner einzuführen, haben wir von Grund auf gesagt, wo ist der Beleg, dass uns das sicherer macht. Natürlich wollen Überwachungsbehörden immer überall reinschauen, aber wäre das Geld nicht besser eingesetzt bei wirklichen Beamten, bei Human Intelligence? Was ist mit den IT-Security-Problemen, die wir uns aufmachen, wenn wir anfangen, dem Staat hacken zu erlauben? Und in dieser Debatte haben wir es geschafft, dass sich besonders viele Institutionen wirklich auch zu Wort melden und vor allem auch technische Institutionen. Also die Technische Universität in Wien hat hier eine Stellungnahme abgegeben, der Autofahrer-Club und auch eben große Telekom-Provider. Sprich, wir haben es geschafft, dass mal die Expertinnen-Meinungen sehr klar waren und dann sind wir in die Kampagnen-Ebene gegangen und haben uns ein Holzpferd gekauft auf Ebay und dieses Holzpferd dann auf einer Aktion vor dem Justizministerium geschlachtet. Und dazu will ich kurz ein Video zeigen und ich hoffe, dass ihr den Ton hört. Wenn nicht, dann soll der Tom mir schnell aufs Signal schreiben. Okay, mir wurde gesagt, der Ton kommt nicht an. Damit, ja, lassen wir das Video. Ich versuche jetzt hier nichts, live was zu fixen. Die Gist of the Story ist, dass wir es geschafft haben, den Bundestrojaner mit der Aktion an dem Tag war Ministerrat und dort wurde er das erste Mal beerdigt. Das zweite Mal kam er dann unter einer, wieder einer rot-schwarzen Regierung. Da haben wir es wieder geschafft, ihn zu verhindern. Und dann wurde er unter der rechtsextremen Regierung unter Beteiligung der FPÖ beschlossen. Also das wäre so ungefähr Union und AfD. In einer Regierung wäre das deutsche Pendant für das, was wir zuletzt hatten. Das war es, Sebastian Kurz auch an die Macht kam als Kanzler. Dieses Gesetz wurde beschlossen und dann aber noch im Dezember 2019 vom Höchstgericht aufgehoben. Und damit ist seitdem ein Bundestrojaner in Österreich weiterhin Geschichte. Und zum Glück haben wir es geschafft, dass auch so ein staatliches Hacking bisher nicht legalisiert ist in Österreich. Jetzt schließe ich an an den Talk von Volker und werde hauptsächlich über die Kampagnen-Tätigkeit in der europäischen Urheberrechtsreform sprechen. Wir haben uns auch logistisch eingebracht und eigentlich sobald der Vorschlag von Günther Oettinger 2015 auf dem Tisch lag, Stellungnahme geschrieben mit ganz vielen Abgeordneten, Lobbygespräche geführt. Aber wir wollten dann eben auch wirklich eine Kampagne machen, ähnlich wie wir das auch bei der Netzseutralität gemacht haben. Ihr müsst euch vorstellen, Netzseutralität war irgendwie 2015 fertig im August und im September kam die Urheberrechtsrichtlinie. Und ich hatte die Füße am Tisch und dachte mir, nee, hier machen wir nicht irgendeine Kampagne. Long story short, wir haben es dann doch gemacht, als irgendwie der Spruch, ich bin kein Bot, nehmt mich ernst in der Welt wahr, haben wir gedacht, okay, es ist Zeit für Pledge 2019.eu, kurz vor der Europawahl, die Politiker daran erinnern, dass wir hier nicht Bots sind, sondern ihre Wähler. Und mit dem Slogan, dass wir die Politikerinnen nur wählen werden, wenn sie gegen Artikel 13 stimmen, haben wir diese Kampagne gestartet, die innerhalb eines Monats mehrere hundert Versprechen von Abgeordneten eingesammelt hat, dass sie nicht für Artikel 13 stimmen werden in der finalen Abstimmung. Und da haben auch in diesem einen Monat Kampagne, hatten wir netto 24-7 Stunden an Anrufzeit mit dem Europaparlament, weil wir dieses coole Call-Tool gebaut haben. Leider am Ende haben wir es um fünf Stimmen nicht geschafft, diese Abstimmung zu erwinnen, wie ihr alle wisst. Deswegen muss Volker heute mit uns allen weiter in der Umsetzung kämpfen. Kampagientechnisch war es ein Erfolg. Wir hatten Snowden, wir hatten Reddit, Twitch und Pornhub. Und das alles ohne Geld. Diese Kampagne war wirklich nur aus Spenden finanziert, die wir danach eigentlich bekommen haben. Wir haben da in unser Budget eigentlich reingegriffen, weil wir gedacht haben, das ist so wichtig und keiner sonst macht es. Es braucht eine solche Kampagne. Und im Moment sind wir sehr aktiv, anderen NGOs in Europa zu helfen, Kampagne zu machen gegen Upload-Filter in ihrer nationalen Umsetzung. Und in Österreich sind wir auch in der Umsetzung. Also wir haben den ersten Vorschlag. Am 28. Dezember war die Vorabbegutachtung unserer Stellungnahme, es online einzusehen. Und wir haben viele der Dinge, die Volker erwähnt hat, auch in unseren Entwurf reinbekommen. Also sprich Pre-Flagging, Bagatellgrenze, diese Dinge sind alle da. Also bei Artikel 17, 13, Upload-Filter schaut es gut aus. Bei Leistungsschutzrecht gibt es Probleme. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das hinbekommen. Im Ende wird aber dann natürlich auch ein enormer Lobbydruck noch von der Verwerterseite auf uns einschlagen. Aber das Thema, was uns eigentlich im Moment am meisten beschäftigt, ist die Plattformregulierung, also der Digital Services Act oder wie die Kommission ihn nennt, der Constitution of the Internet. Da haben wir uns zuerst wirklich mal nur mit Policy-Brille dem genähert. Nämlich mit Platformregulation.eu. Das war unser Vorschlag, wie der DSA ausschauen soll, den wir im Sommer 2019 auf den Tisch gelegt haben. Und da sind viele Ideen schon drinnen gewesen, die heute auch in dem finalen Gesetz enthalten sind. So etwas wie Werbearchive, wie Mandatory Audits, also ein Drittel der Vorschläge, die auf dieser Website zu finden sind, haben es in den finalen Gesetzestext, in dem Vorschlag geschafft. Jetzt geht es halt darum, die vielen Probleme, die da in den Details versteckt sind, auszumerzen. Und ich will jetzt, weil das so ein großes Gesetz ist, mich nur auf einen einzigen Punkt fokussieren. Und das ist auch Konsens innerhalb aller europäischer NGOs bisher. Nämlich, dass im Moment eine Plattform vor genau diesem Problem steht. Ich kriege eine Meldung, dass irgendwas vielleicht illegal ist, was ein User bei mir hochgeladen hat. Und da kann ich entweder das löschen oder mir selber anschauen, ist das denn wirklich illegal? Und wenn ich einen Fehler mache in meinem eigenen Legal Assessment, habe ich die Gefahr von Haftung. Die Gefahr, dass ich dann sofort, sobald die valide Notice bei mir eintrifft und ich nichts tue, auch verklagt werden kann für diesen Inhalt. Actual Knowledge ist im DSA so gelöst, dass eben mit einer validen Notice schon dieses gegeben ist und ergo auch die Haftung passiert. Und das ist ein großes Problem. Das führt ultimativ zu Overblocking. Und das ist in der Architektur das größte Problem, was wir beim DSA haben. Und das ist auf jeden Fall eines, das wir lösen müssen, weil gerade eben ja auch automatisierte Meldungen und automatisierte Bearbeitung von Meldungen möglich sind und explizit erlaubt sind im DSA. In der Summe führt das zu dezentralen Upload-Filtern. Und genau die gilt es ja jetzt zu verhindern. In Österreich hatten wir auch ein Hass im Netz gesetzt. Das ist sehr ähnlich dem NetzDG in Deutschland. Das konnten wir leider nicht verhindern. Das ist inzwischen auch schon in Kraft seit 1. Jänner. Es ist ein bisschen besser als das deutsche NetzDG, was Transparenz betrifft, was Meinungsfreiheit betrifft. Aber an sich sind wir immer noch gegen dieses Gesetz. Und dann haben wir einmal mit einem Vorschlag aus dem grünen Justizministerium zu kämpfen gehabt, der uns sehr geschreckt hat, weil der nämlich Netzsperren, Upload-Filter und mehr Überwachung beinhaltet hat. Und da können wir aber Entwarnung geben. Nach der Kritik, die sehr gesalzen war, haben wir es geschafft, dass alle drei Punkte aus dem inzwischen beschlossenen Gesetz entfernt wurden. Ich weiß, dass ich nur noch wenig Zeit habe. Deswegen werde ich die eigentlich spannendere Arbeit vom letzten Jahr im Schnelldurchlauf machen. Als wir die neue Regierung von den Konservativen und den Grünen Anfang 2020 bekamen, haben wir natürlich das Regierungsprogramm analysiert. Das tun wir eigentlich tonusmäßig immer, wenn eine Regierung kommt und teilen auch alle Vorhaben mit Ampelfarben ein, was wir gut finden, was wir schlecht finden und was nur besorgniserregend ist. Und das ist auch auf unserer Website einzusehen. Wir haben uns, obwohl wir eine netzpolitische NGO sind, sehr intensiv mit den Corona-Gesetzen beschäftigt und aus Grundrechtsperspektive eigentlich jede einzelne Verordnung und Gesetzesakt analysiert bis zum Sommer 2020 und auch versucht zu erklären, was denn jetzt diese Änderungen mit sich bringen. Und an Stellen haben wir Entwarnung gegeben, wie zum Beispiel beim ersten Lockdown im März. Bei anderen Dingen sind wir aufgestanden und haben davor gewarnt. Als die Pandemie begann, haben wir Empfehlungen rausgegeben, was aus netzpolitischer Sicht zu tun wäre. Die bezogen sich vor allem eben auch auf die Frage des Datenvolumens, ein Problem, das, glaube ich, auch in Deutschland sehr prägnant ist. Es ist einfach so, dass viele Haushalte keine Flatrates haben, kein Festnetz-Internet und auch nur volumenbegrenzte Mobilfunktarife. Und für jene Menschen ist es noch mal viel schwieriger, im Lockdown zu sein, weil dann ist an Homeschooling oder Distance Learning oder Homeoffice oder überhaupt eine demokratische Beteiligung, wenn du nicht rausgehen darfst, überhaupt nicht mehr zu denken. Und das ist eines der Dinge, in denen wir auch in der laufenden Telekommunikationsgesetznovelle in Österreich arbeiten, dass es hier zu Besserungen kommt, vor allem eben für die sozial schwächsten, einkommensschwachsten Haushalte. Auch wir hatten in Österreich es mit einer Corona-App zu tun. Die Corona-Warn-App in Deutschland gab es eigentlich schon in einer Vorab-Version im April 2020 in Österreich, noch lange bevor der ganze Streit um zentrales, dezentrales Protokoll spruchreif wurde. Das Rote Kreuz hat da eine App vorgestellt und die haben wir auch analysiert, gemeinsam mit anderen Datenschutz-NGOs und dort unsere Meinung abgegeben. Das war, glaube ich, der Blogpost, der am meisten gelesen wurde. Und das Thema E-Learning hat natürlich uns auch beschäftigt und die massive Abhängigkeit von Google und Microsoft in dem Bereich. Ein mahnendes Beispiel ist der elektronische Impfpass, der in Österreich inzwischen schon eingeführt ist. Also sprich, jede Impfung, auch jene, die nicht gegen fremdgefährdende Krankheiten ist, wird in Österreich fortan gespeichert. Das ist ein großes Problem, weil bisher hatten Impfgegner wirklich keinen objektiven Grund, sich nicht impfen zu lassen. Und mit diesem elektronischen Impfpass, der zentralisiert ist, gibt es zum ersten Mal einen validen Grund. Und hier hätten wir uns einen Opt-out gewünschen. Ja, über die Neuauflage des Handbuchüberwachung habe ich schon geredet. Und zuletzt noch die Kampagne, die wir gerade wieder gelauncht haben, ist gegen den AMS-Algorithmus. Das ist ein Algorithmus, der arbeitssuchende Menschen, die in Jobcentern eigentlich nur um Arbeitslosenbeihilfe ansuchen, einsortiert. Und gemäß dem Computerprogramm wird dann entschieden, ob dieser Mensch noch Förderungen, Schulungen bekommt oder nicht. Und dieser Algorithmus ist stark diskriminierend. Sprich, diskriminiert gegen Frauen, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen alte Menschen. Also wer über 50 weiblich und nicht in Österreich geboren ist, hat hier sehr schlechte Karten. Und da haben wir eben eine Kampagne gestartet, die auch wieder mit einem Video von Alexander Lehmann sehr einfach erklärt, was das Problem mit algorithmischen Entscheidungen ist. Wir wollen hier eine rote Linie ziehen, weil wir befürchten, dass derartige automatisierte Entscheidungssysteme uns in Zukunft in der Netzpolitik noch viel mehr beschäftigen werden. Und bevor die europäische Algorithmic Regulation kommt, glauben wir hier, dass es auch national einiges zu tun gibt, um die Sensibilität in der Bevölkerung zu steigern. And that's it. Das war ein schnell Durchlauf. Zuletzt noch, wir sind spendenfinanziert. Wir kriegen so gut wie kein Geld von irgendwelchen großen Institutionen. Wir haben, ähnlich wie die digitale Gesellschaft, Society Foundation, die uns ein bisschen Geld geben. Aber ansonsten ist der allergrößte Teil unseres Budgets von Fördermitgliedern und Einzelspenden. Und ja, in der Hinsicht sind wir angewiesen auf die Zivilgesellschaft und auf Menschen, die sich für diese Debatte interessieren. Und das war auch alles, was ich sagen wollte. Und ich freue mich sehr auf eure Fragen. Ja, dankeschön dir. Jetzt schalte ich auch wieder das... Du kannst mich zwar gerade nicht sehen, aber ich bin hier. Hörst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre euch. Super, okay. Also du kannst mich nicht sehen, aber ich bin hier und du hast zwei Fragen. Das ist eine Rekordzahl, musst du wissen, fast. Und zwar erstens. Welches Vorgehen, Tools und Metaphern für breitwirksames Campaigning zu Nerd-Themen, die viele Menschen kaum erreichen, aber basal für Grundrechte und Freiheit sind, könnt ihr aus euren Erfahrungen von 2014 und Folgejahren empfehlen? Okay, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe die Frage leider akustisch nicht verstanden. Okay, hier. Ich bin näher dran. Welches Vorgehen, Tools und Metaphern für breitwirksames Campaigning zu Nerd-Themen, die viele Menschen kaum erreichen, aber basal für Grundrechte und Freiheit sind, könnt ihr aus euren Erfahrungen von 2014 und Folgejahren empfehlen? Ja, eine super Frage. Sehr breit, aber ich werde versuchen, sie zu beantworten. Also was bei uns immer gut funktioniert hat und das ist wirklich etwas, das irgendwie in der Praxis erst entstanden, war immer diese Idee, dass wir den Menschen wieder in den Mittelpunkt der Technik stellen müssen. Sprich, du musst die ganze Lead-Speech, die Nerd-Bubble, die Technik und das Rechtliche weglassen und es runterbrechen, sodass das allgemein verständlich ist. Also es geht um die Begrifflichkeiten. Eben, dass du überhaupt mal in die Köpfe bekommst, was ist Vorratsdatenspeicherung, was ist ein Trojaner, was ist ein Algorithmus und dann musst du anknüpfen, was das mit ihrer Lebensrealität zu tun hat. Das ist die Aufklärungsteil und dann kommt der wichtige Empowerment-Teil. Also jede unserer Kampagnen hat ein Actionable Item. Etwas, das man tun kann, das einfach ist, das einem erlaubt, selber auch im politischen Prozess gehört zu werden. Und nur wenn du die Menschen empowerst, für ihre eigenen Rechte einzutreten, wir können auf Lobby-Ebenen nicht mit der Industrie mithalten oder mit den Sicherheitsbeamtinnen. Wir haben nur einen Vorteil, wir haben die Menschen auf unserer Seite und den müssen wir nutzen. Und da haben wir es immer geschafft, indem wir neue Wege verwendet haben. Wir waren die Ersten, die Online-Unterschriften auf der Parlamentswebseite gesammelt haben, die Ersten, die Faxe an unser Europaparlament geschickt haben, die Ersten, die eine Konsultation für ein Gesetzgebungsverfahren kampagnisiert haben, sodass du mit wenigen Klicks eine Stellungnahme schicken konntest. Wir waren die Ersten, die ein Telefontool gebaut haben, um im Europaparlament mit so vielen Anrufen aufzuschlagen. Und eine letzte Sache, neben den Werkzeugen, die sich immer ändern werden, das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Jede erfolgreiche Kampagne, die ich bisher gemacht habe, hatte diesen Moment des Kontrollverlustes. Das heißt, wenn du irgendwie das Petitionsformulier online stellst und nach wenigen Tagen sind Leute, die du nicht kennst, in Städten, wo du noch nie warst und gehen von Tür zu Tür und sammeln Unterschriften. Das ist bei der Vorratsdatenspeicherung 2012 so passiert und das war eigentlich bisher immer so. Du musst es schaffen, dass du Leute empowerst, deine Message zu ihrer Message zu machen und ihre eigene Kreativität in die Kampagne mit einzubringen. Nur wenn das passiert, hast du einen Schneeball-Effekt und insofern glaube ich auch, dass jede erfolgreiche Netzkampagne niemals top-down sein kann, sondern immer ein dezentrales Bottom-up-Element braucht. Und das ist da geglückt, wo das Verständnis in der Bevölkerung da ist. Wir waren mit Plash 2019 so erfolgreich, weil davor ganz viele andere den Boden dafür bereitet haben. Das war die DigiGest, das war Julia Reda, das waren die Piraten, das war die safety-internet.info-Kampagne. Das waren ganz viele Interessenträger, die ihren Grund hatten, dagegen zu sein. Und dann geht es aber darum, eben dieses eine Tool zu haben, woran der Protest sich kristallisiert. Und für mich ist guter Aktivismus die Formel, die öffentliche Aufmerksamkeit als Input hat und dann politischen Druck als Output. Ja, krass. Also da seid ihr auf jeden Fall sehr smart unterwegs mit Empowerment und Netzpolitik miteinander verknüpfen. Finde ich wirklich sehr cool. Die zweite Frage, die hat es jetzt auch ein bisschen angeschnitten, als du zum Beispiel Vereine wie uns genannt hast. Ich frage es jetzt trotzdem, wie ist das Verhältnis zur bundesrepublikanischen Netzpolitik? Gibt es da Bezüge? Ja, die gibt es natürlich. Also ich habe da immer schon sehr europäisch gedacht. Und das heißt irgendwie viel Zeit in Brüssel und in Berlin verbringen. Und vor Corona war Brüssel, Berlin, Wien mehr oder weniger mein Arbeitstreik, in dem ich mich bewege. Und natürlich gab es Vorbilder wie Markus Beckedahl oder Linus Neumann und auch eine ganz enge Verbindung. Ich habe teilweise selber in Brüssel bei Edri gearbeitet und wir haben uns immer als europäische Organisation verstanden. Viele der Debatten sind einfach sehr ähnlich und die Synergieeffekte, die müssen wir besser nutzen als Community. Du hast in fast jedem Land so eine Debatte um Überwachung, um staatliches Hacking, jetzt gerade um Urheberrecht. Und auf EU-Ebene gibt es leider sehr hohe Eintrittshürden, weil es halt doch sehr rechtlich ist und sehr verkopft, sehr weit weg von den politischen Kräften und Parteien, die man so kennt. Aber wenn du dann irgendwie mit den Aktivisten on the ground sprichst, die dieselben Kämpfe kämpfen wie wir, das ist extrem hilfreich, da die Parallelen zu ziehen und voneinander zu lernen. Und deswegen bin ich auch im Vorstand von Edri, weil ich genau an diesen europäischen Brücken bauen will. Und es ist aber einfach so, dass innerhalb der Sprach- und Kulturräume man sich am nächsten ist. Und ich war irgendwie seit 26 C3 auf jeden Kongress. Ich blogge seit 2009 bei Netzpolitik.org und bin recht früh schon bei Logbuch Netzpolitik irgendwie so als teilweise Host dazugekommen, weil ich es einfach wichtig finde, diese Debatte auch in diesen Kulturräumen zu führen. Und als Policy Nerd kann ich da auch immer was beitragen. Auf der Kampagnen-Ebene braucht man aber das lokale Netzwerk. Das kann man nie von außen machen. Dazu braucht man die Reputation im Land, das lokale Netzwerk bei Journalistinnen, bei Aktivistinnen, auch bei der Politik. Und diese Reputation, die müssen wir eigentlich in jedem Land aufbauen. Es ist extrem besorgniserregend. Es gibt nur ungefähr acht EU-Länder, EU-Mitgliedsländer, in denen es eine netzpolitische NGO gibt, die sich Mitarbeiterinnen leisten kann, die überhaupt ein Büro unterhält. Und in allen anderen Ländern sind das nur Ehrenamtliche. Das ist auch so eines der Probleme, an denen ich arbeite, weil wir da in Wirklichkeit in den deutschsprachigen Ländern und den anglo-sächsischen Ländern in einer sehr privilegierten Position sind. Ja, aber irgendwie schön, dass man da, oder schön, empowering, dass man da die Bezüge zueinander herstellen kann, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle auch schon bedanken bei dir und wir freuen uns auf dein nächstes netzpolitische Update. Genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Einen Plakt muss ich noch bringen und zwar eine andere Parallele. Der netzpolitische Abend, der ist ja in Berlin irgendwie gestartet worden und ich will nur den netzpolitischen Abend in Wien auch nochmal irgendwie hier zur Sprache bringen. Der findet auch jedes Monat statt, das nächste Mal am kommenden Donnerstag. Es ist immer der erste Donnerstag im Monat und übermorgen haben wir Ingrid Brodnig, die sich über Verschwörungstheorien und ihr neues Buch berichten wird und Julia Reda, die zum Digital Services Act sprechen wird. Also sprich, auch hier gibt es viele Parallelen und so wie ich heute hier zu Gast sein konnte, hoffe ich natürlich auch, dass es in die andere Richtung auch geht. Ja, cool, auf jeden Fall. Wir hatten auch letztes bei, ich glaube, das war an unserem Geburtstag, ein kleines Grußvideo, wo der tatsächlich auch zur Sprache gekommen ist von Leonard Dobusch. Ja, von Leonard Dobusch. Aber wir schalten uns auf jeden Fall mal dazu, würde ich behaupten. Dann schönen Abend, Dion, vielen Dank. Danke, ciao. 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 So, das Ende ist erreicht. Wir sind jetzt fertig mit unserem Programm. Den nächsten netzpolitischen Abend, den gibt es am 2.3.2021, das ist der 103. Wir hoffen, ihr schaltet euch alle wieder ein oder dazu, mal schauen. Genau. Habt einen schönen Abend. Ciao.